Hallo, ich möchte euch heute das Hundebett Dog Auto vorstellen. Es ist ein orthopädisches Hundebett der neuesten Generation. Es ist ideal im Falle von Gelenkserkrankungen wie HD oder ED. Auch für Senioren und inkontinente Hunde ist es bestens geeignet. Die Matratze besteht aus zwei Lagen, welche dazu führen, dass der Hund in dem Viskoschaum nicht bis zum Boden durchsackt. Aber gleichzeitig seine Gelenke entlastet werden. Zusätzlich liegt der Hund schön warm auf mehreren Zentimetern Schaumkern. Der B-Layer Schaumkern ist von einem Fallbezug umhüllt, welcher atmungsaktiv und wasserabweisend ist. Er kann durch einen Reißverschluss abgenommen und somit auch gereinigt werden. Zusätzlich gibt es noch zwei Frottie Wechselbezüge. Wenn ihr eurem Hund etwas Gutes tun und Gelenksbeschwerden lindern oder vorbeugen möchtet, dann ist das Hundebett Dog Auto genau das Richtige für euch. Bis zum nächsten Mal. Saathne gradually kommen. Bis zum nächsten Mal.